So, und hier folgt jetzt eine Premiere. RTL direkt zum ersten Mal mit der Kollegin Pina Atterley. Da lohnt sich das Dranbleiben gleich doppelt, denn, Pina, ihr bleibt sozusagen beim Thema, oder? Einen guten Abend aus Berlin. Ich habe den grünen Politiker Cem Özdemir gleich zu Gast, der viel einstecken muss. Mit ihm können wir aber auch etwas Mäuschen spielen bei den Sondierungsgesprächen für eine neue Regierung. Zuerst blicken wir aber auf jene, die in der Corona-Pandemie besonders litten und noch immer leiden.